ja hallo da ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen folge von let's play train somato 2017 folge 222 eine sonderfolge und zwar hat mir der liebe tobias schöne grüße an dich vor einigen monaten seine selbstgebaute strecke geschickt und zwar die strecke allgäu die bremse ja erstmal schöne grüße an dich lieber tobias und sorry dass es wirklich so lange gedauert hat bis ich das aufgenommen habe es tut mir wirklich sehr leid heute kommt die folge und ja wir fahren heute mit der baureihe 642 auch bekannt als d zero und wir fahren eine regionalbahn nach landsberg und fahren zurück nach kaufbeuren und ja ich würde sagen rüsten wir mal weiterhin das fahrzeug auf erstmal starten mit dem motor mit zum kuscheln wollen wir hier so dann stellen wir noch unsere zugdaten ein zugnummer ist 0 1 7 4 9 6 geben wir auch gleich ein und dementsprechend anmelden so ich hoffe dass mit dem ton passt so einigermaßen ich habe ich muss gestehen ich habe die folge schon mal aufgenommen allerdings habe ich dann auf youtube gemerkt ich fahre aber man versteht mich kaum und ich stelle fest windows hat meine mikrofon pegeleinstellung zurückgesetzt und ich war ziemlich begeistert dass die pegeleinstellung unter 50 prozent war und ja windows ich liebe dich einfach ungöttlich ja deswegen kommt die folge heute erst an einem sonntag deswegen ist kam auch gestern stadt train simulator ein fernberg simulatler in der tolle simulator sehen wollen was ich nicht verstehen kann aber gut ich muss mal sie von pcb an pcb brauchen wir nicht am kasten einstellen da das am anderen zug hinter teil ist ja lösen noch die federspeicherbremse und dann geben wir hier noch die einzigen 496 1 1 7 4 9 6 ok nicht einsteigen ja ganz so gerne vergessen stellen aber 0 1 für nichts weil wir haben aktuell keine zz dafür was auch nicht schlimm ist hier im vorderen bereich haben wir die erste klasse klasse super und hier haben wir die toiletten fahrkartenautomaten ja gut ich habe heute wieder reichlich thema wieder mitgebracht wie das ganze mit der upload plan aussah was passiert ist warum was ausfiel und haste nicht gesehen wir haben eine stunde zeit die ich euch voll quatschen kann und ja ich würde mal sagen wir haben zoweit alles aufgerüstet zukunft angemeldet haben wir uns noch nicht so doch haben wir uns aber er zeigten nicht diesen dingen zusammen ist auch egal ja so was haben wir eigentlich alles ja fahren wir mal los fahrt richtungs schau da nach vorne und let's go auf geht's so ich hoffe mein ventilator stört nicht müsste man eigentlich gar nicht hören in der aufnahme das ziemlich warm ist ich nehme heute mal an einem nahrung mit darauf 15 34 und wir sind über 30 grad draußen und ich habe zwar gardine vor mein keller felser aber die sonne breit rein und das ist furchtbar warm und da vorne sehen wir eine rote signal das ist kein problem wie viel grad habe ich überhaupt mein zimmer 26 grad na gut eh noch war mal schlimmer so ja das ist eine strecke von den lieben tobias die er gerade baut die strecke heißt allgäu er hat schon einiges gebaut und da schauen wir gleich noch mal was an erstmal halten wir vom zwerg signal und warten auf einen gegenzug dann schauen wir mal hier rein und zwar das ist die gesamte strecke die der lieber tobias gebaut hat und ich muss sagen sie ist groß also wirklich groß also schon wahnsinn die ist natürlich hier noch alles in bau bahnhöfe werden noch hin platziert du hast nicht gesehen die wurden erstmal leise platziert hier haben wir zum beispiel mart doberdorf aber ich kenne mich überhaupt nicht aus im albual sorry aber es ist groß das kann man auf jeden fall sagen und ich habe und sache schon mal respekt an tobias wer was er baut kann ich überhaupt gar nicht ich sag ich sag ich ohne witz ich kann das überhaupt nicht ich kann höchstens nur strecken modernifizieren zum beispiel neue bahnsteine hinzufügen uhren platzieren fahrgast informationsteile hinbauen und magnete platzieren für signaltechniken aber wenn zum signal signal entfernt gar nicht auch aber wenn es um signale platzieren geht oder hier gleise verlegen ich dann bin ich eine nieder das habe ich mir schon damals bewiesen ich habe die strecke Sachsen-Anhalt die private strecke und die habe ich jetzt im 2017er bereich modernifiziert warum hat das gemacht ganz einfach weil das halt in meiner heimat stattfindet und man fährt wirklich an meine heimat vorbei und die kilometer streckenanzahl sind exakt gut verlegt worden so dass ich sogar ein realen fahrplan umsetzen kann und da bin ich immer gerne mit dieser unterwegs und da habe ich immer die beleuchtung umgeändert die strecken geschwindigkeit habe ich umgeändert und hast du das kann ich aber ich wollte damals mal den gleis verlegen und da sind wir ein kollegen sauber ist ein 3er die 0 das waren mal zeiten bei uns am anfang von den 3er die 0 heute ist nichts mehr bist du froh dass du mal überhaupt doppelten kommt weil das ist selten bei uns leider aber gut anderes thema wie am ausfahrt so ja wie gesagt ich wollte immer gleise verlegen oder eine weiche platzieren was mache ich würde stattdessen zu verlegen reiß ich sie auseinander oder verschiebt die total ist es überhaupt keine ahnung kann ich bin eigentlich zu blöd davon und ja auch ich kann nicht alles ne das ist wirklich klar aber gut wie war bist du mir damit mal selber gezeigt dass das nicht kann und muss da alles zurücksetzen auch nicht speichern gehen da habe ich mich gefreut weil ich nachdem ich ein paar schöne bahnsteige verschönert habe nicht noch mal gespeichert habe und auf diese ganze arbeit aber egal so wir fahren jetzt als der fahrt nach kauf das war jetzt mal eine kurze bremsprobe billige ausrede gerade aber egal ja ich habe jetzt gerade nicht auf die thermometer darauf geachtet ich weiß wir waren noch in den prüf modus mit wechsel blinken aber ich habe es total ignoriert und gehen nicht gleich in der ecke schämen nach der fahrt und bereue es sehr gut ja dass das das wird der pcb zwangsbremsen da das hat man leider immer nicht behoben da kriegst du so den blöden super sound als zwangsbremsen dabei hört sich das ganz anders an der realität und das werdet ihr gleich noch mal hören weil ich habe ich bin geeks wie cool kommt sorry ich habe nämlich was vorbereitet und zwar habe ich was tolles erlebt in der zeit wo ich nach hause fuhr und zwar eine technische störung am zero aber jetzt nicht so eine großartige technische störung dass man sagt dass das fahrzeug nicht mehr fährt sondern während des fahrends also die fahrt war nicht so richtig beeinträchtig gewesen deshalb gab auch keine verspätung aber das war eine technische störung einer pcb und die habe ich in meinem leben noch nie erlebt gehabt und ich war froh dass ich zu diesem zeitpunkt genau hier saß dieser sitz ist sogar exakt nicht so exakt ich saß 1 2 da vorne und da vorne saßen zugbegleiter zugchef und zwei andere tfs führer ich habe das geschafft den tag habe ich das gleich weitergeleitet und freunde auch an der train gruppe falls einer einer train whatsapp gruppe sein sollte wünsche ich erstmal schöne grüße nach draußen an die ganzen leute ist eine echte hammer gruppe und es ist immer wieder spannend wo sie dann unterwegs sind auf ihren fahrzeugen also letztens zum beispiel der michael schöne grüße an dich ich weiß was sie sehen er musste halt ich weiß nicht mal was war warst du bahn von der hochbahn ich weiß es nicht er muss auf jeden fall so eine art güterzug fahren und höchstgeschwindigkeit von nur 50 km h und das ganze ohne pc aber wie die ganze geschichte aufgehen kann habe ich leider noch nicht mit so ganz so mitverfolgt ja aber es war es ist halt spannend in der gruppe das ganze zu lesen auch die schönen bilder zu sehen also sehr schöne gruppe ja was gibt es noch ach ja thema die zero einer meiner lieblings fahrzeuge die ist die die elbe saale bahn bei uns hat und auch ein toller tag gewesen und zwar müsst euch so vorstellen ich bin in den stadtort eingestiegen und da ist auch noch ein anderer tf mit eingestiegen der in magdeburg fast dienst beginn hat und das fahrzeug in den ich eingestiegen bin ist auch sein fahrzeug womit auch magdeburg beginnt und wo wir eingestiegen sind stand der zog und man hört das die ganze zeit dauerhaft und man muss dabei sagen es war bei allen tasten so bei frei und befehl 40 kurz drücken was du willst um kurz drücken und der ton blieb komplett an da war eine technische macke drin ja war halt nicht schön ja der zweite tf der im zug war hatten quasi telefoniert halt bescheid gegeben dass die pcb spinnt und hatten dauer ton das sind die ausseiten logischerweise es war sehr laut sobald er die tür öffnete führer stand also die tür hier konnte man genau hört wie laut es war und wenn du näher gehst und wird sich logischer weise immer lauter und das war schon krass auf jeden fall und auf jeden fall kann der zweite tf rein und wollte dann drauf hämmern ich kann das euch mal so symbolieren simulieren ton war an und der macht immer so und dann war es aus ich hoffe das hat jetzt nicht arg übersteuert auf jeden fall hat da richtig drauf gehauen an der armatur und nie so drauf geschlagen bis das ding endlich aus war es war aus es war ruhe und der erste tf da hier vorne saß war natürlich froh darüber der zweite tf blieb drin weil wir kamen in richtung eitendorf wo der tf natürlich ein vorsignal bestätigen musste er bestätigt es war nichts allerdings kam das nächste signal was normalerweise immer auf ks1 stand aber es stand diesmal auf ks2 langsam vorteilte erwarten er bestätigt und es kam wieder ein dauerton dann schlägt er wieder um sich richtig drauf schlagen teilweise konnte man nicht diese teil nach oben gegen diese armatur teilweise auch weil das alles so ja es ist halt gebrauchspur also vor nicht mehr so richtig doll dezisieren also der fischen pass auseinander auf jeden fall waren haben diese drei schalter hier unten drunter die ganze verbindungen da ist irgendwie irgendwas ist da nicht in ordnung gewesen auf jeden fall noch mal ristophisch schlagen ging ja nicht anders und das ganze gegen den endlich weg und es war natürlich dementsprechend ruhe wie es weiter ging erzähle ich gleich denn jetzt kommt das markt verkaufen aber ihr müsst euch das mal vorstellen ganze zeit zum pcp dauerton dass das macht dich verrückt da wirst du verrückt und es macht bestimmt keinen spaß diesen dauerton zu hören ich habe ein vor verstehen so dann nähern wir uns kaufe ring da habe ich gleich ein paar kleine infos wie gesagt es ist keine fertige strecke es ist halt alles noch im bau und ja jetzt sehen wir hier erst mal ohne bahnsteig das ist zu recht so da habe ich extra noch mal die bieten geöffnet ich habe nochmal nachguckt ob ich alles installiert habe ich habe alles installiert und da werde ich gleich noch was vorlesen also hier werden wir auf jeden fall nicht beladen können da die türen sich nicht öffnen lassen man sieht die drücke t es passiert nichts aber das ist nicht schlimm und zwar steht hier in der drinne wo stand das und zwar hier geltendorf kaufering dem wir gerade buchhol buchle kaufbeuren dieses bis es hofen eben hofen markt obertdorf und füßen noch im bau fehlt gegebenenfalls noch haltepunkt bahnhöfe landschaft und korrektur korrekte geschwindigkeit das heißt ich weiß bescheid dass sie halt noch im bahnsteig fehlt das ist aber kein problem fahrgäste sind eingestiegen seht ihr ja hier und ja ist für mich jetzt auch ein großes thema wir werden auf jeden fall bis 25 warten und ich werde euch jetzt mal weiter erzählen auf jeden fall fuhren wir dann weiter es war dann ruhig kurz vor schönebeck wo ich aufsteigen musste er bestätigt das vorsichtal und es ging wieder los er schlagte drauf er dauerhaft ruf geschlagen ohne ende es ging nicht aus und ich weiß nicht wie das ende der geschichte war denn ich stieg aus der dauerturm war glaube noch vorhanden man hat es nicht ausgekriegt naja auf jeden fall hat denn auch das habe ich auch noch miterlebt das war kurz vor schöne weg hat der zweite tf den kollegen angerufen ich glaube leitsteller so und bescheid gesagt ja hier ich konnte jetzt nicht gespräch verfolgen was er sagte am telefon aber der dritte tf der diesen zug hier übernimmt magdeburg hat dann gleich gesagt mit diesen dauerturm fahre ich nicht zurück da mache ich lieber die pcb aus und vor nur 50 verständlich näher weil er kriegst du eine macke die leute jetzt fragen warum 50 das ganz einfach wenn du die pcb aus hast hast du nur eine v max von 50 stundenkilometern und nicht schneller das könnte auch noch mal bei hamsterpack gesehen da steht es dann auch drauf bei gestotter pcb maximal 50 km h so wir fahren weiter ja wie gesagt ich musste dann leider aussteigen ich habe leider nicht das ende mitbekommen wie es ausging ich denke mal eher dass man das fahrzeug ausgetauscht hat bei magdeburg hatte ja halbe schon aufenthalt oder es kamen paar leute die das problem gelöst haben ich weiß es nicht auf jeden fall fuhr dieser zog ohne verspätung wieder zurück richtung küsten da küsten über der zugteilung er muss dann weiter nach sangerhausen und der andere zug dann nach aschersleben er hatte natürlich den pech er hatte das fahrzeug nach sangerhausen aber wie gesagt ich weiß nicht ob das fahrzeug ausgetauscht worden ist da werde ich einfach weiterfahren müssen oder einfach am bahnhof warten müssen aber ich hatte leider keine zeit auf jeden fall war das eine spannende sache die ich persönlich noch nie erlebt hatte und ja am geilsten fand ich die reaktion in salze da ist eine frau eingestiegen die saßt neben mir auch vorne er fuhrlos er besteht quittiert das erste signal und das dauer piepen und er schlägt drauf und die frau guckt so verwirrend und denkt man hat nicht gesagt aber man denkt die denken ich würde einfach denken oh gott machten der da so stört das ganze fahrzeug also die hat jetzt richtig die geschockt guckt also ich glaube die war ein falschen film gewesen dass sie gedacht haben aber die reaktion wie einige leute dann gucken wie der triebfahrzeugführer vorne haben aber tourenbrett darauf schlägt weil der scheiß so nicht ausgeht war herrlich dieser blick ich fand den blick herrlich ich habe meistens mit da vorne guckt richtung führer stand weil ich das sehr spannend fand und ja sowas erlebst halt nicht alle tage ja diejenigen die jetzt sagen ja kannst jetzt aber auch nur erfunden haben sowas ne sowas spektakuläres was du da erlebt hast und hast nicht gesehen ich kann euch das ganze beweisen was werde ich euch in landsberg beweisen denn ich habe auch eine audio aufgenommen von dieser ganzen störung wie sich das anhört und ich habe das auch gleich in train gruppe geschickt und auch ein paar freunde die sich halt für die bahn interessieren gut eine gruppe interessiert mich interessiert sich nicht so für die bahn aber für die train gruppe teilweise fanden die sogar amüsant ja muss man nicht sagen aber dann kamen auch einige geschichten heraus hier und da auf jeden fall war das ein spannender tag gewesen was ich so noch nie erlebt hatte ja wobei ich musste ehrlich zugeben wo ich eingestiegen bin habe ich zuerst gedacht dass das eine zwangsbremsung kassiert hat weil wenn man stattfand reinfällt hat er erstmal hp 0 und da ist er dementsprechend noch 500 herz aktiv daher noch um gegen zu warten da habe ich wirklich gedacht er hat halt ja den zwang sie aber sobald sich der dritte tf sich hingesetzt hat der markt übernehmen sollte und die zweiten tf gefragt hat was los ist könnte man schon hören ja pcb spinnt dauer piepen hat eine macke verstörung und wackelkontakt was für sich war mir schon klar okay es war keine zwangsbremsen so ich sagte landsberg schule schön am halte signal anhalten aber an der haartafel und den türen öffnen so ich habe jetzt hier die audion nachricht die habe ich extra mal aufgenommen also was erlebt wirklich nicht alle tage jetzt muss ich mal gucken wo ich sie versteckt habe die 15 minuten 15 minuten der nächsten 15 sekunden lang und ich werde sie mal jetzt mal schnell abspielen indem ich jetzt mal den trend simulatoren ausmachen und ihr hört euch das mal an moment man sollte sein handy auch laut stellen damit andere auch was mit kremen ja so hat sich das ganze abgespäht man braucht die dauer um die ganze zeit so gewesen ja war schon anstrengend ich mache mir den ton an so türen schließen und abwarten also ihr müsst euch mal vorstellen diesen lauten pcb ton dauerhaft zu ertragen das ist ja da wirst du hellwachen weil das nervig aber gut es war auf jeden fall spannend mal zuzuhören und ich habe mein booster geöffnet und trinke jetzt erst mal einen schluck so nächster halt ist landsberg dort haben wir nur zeit für kopf machen eine minute lieber tobias das ist ziemlich knapp aber gut kommt 32 an zwei minuten das wird eine herausforderung mal schauen nächste station landsberg der aufstieg befindet sich in fahrtrichtung rechts im namen der allgäuer bahn wünschen wir ihnen noch einen angenehmen aufenthalt auf wiedersehen so ich habe übrigens noch mal weitere themen mitgebracht über mein app was in der woche jetzt los war warum sich ständig um sie zwei verschieben musste und etc pp die halt auch kein facebook haben die kann ich ja jetzt hier erklären was los war es haben viele kein facebook wie gesagt wenn ihr aktuelle infos haben wollt wenn ihr aktuell ist aktuell ist aktuelle infos haben wollt über meinen kanal über abplan bilder et cetera pp hat sich eine folge verschiebt oder umfragen sie können gerne meine facebook seite liken und zwar heißt die train on the tv einfach liken und schon bekommt ihr die volle dröhnung an infos ebenfalls bekommt ihr auch infos auf meiner website aber die meisten infos bekommt ihr eh auf facebook und da werde ich dann auch bekannt geben wenn zum beispiel der aktuelle upload plan online ist oder so machen wir so federspeicherbremse rein zugspitzen nicht um und das machen wir auch raus so dann steigen wir mal aus gucken ob es richtig ist alles das muss man ja machen alles ok hier war auch nach vorne steigen hier ein also hier in diesem bereich saß ich wo die frau gerade sitzt und da sagt die andere frau hier so und jetzt sind schon nach vorne geguckt das war ein bild herrlich erste klasse war hinten gewesen hier war zum glück keine erste klasse konnte ich viel mitkriegen und ja so dann würde ich mal sagen schlüssel rein dann ähm v-a zuckerbewerke zuckerbewerke 0148 16 1600 so kanal ist 821 avant army war so zugdaten ist die nummer 148 16 enter und natürlich auch anmelden haben wir auch anmelden gehen okay so 148 16 148 16 148 16 eben war nämlich die pcb einen ganzen daten hier die fahrzeugnummer kommen wir jetzt auch so lassen als zugnummer das ist die zugart lieber oscar oder werner wenn ihr zuschauen solltet erstmal schönen grüße an euch oberste zugart ist immer über 100 und wenn ich unter 100 bin ist dann mittlerer und unterer oder stimmt das so ich hoffe ich weiß es nicht ich würde mal ja sagen ich bin aber nicht so sicher so zuck nummer 148 16 uhrzeit können wir so lassen datum 27 2040 aber auch lassen und so 148 16 gewinn 1 148 16 s3 goling abend ja gut das ist halt sieht eigentlich komisch aus ja sollte haben jetzt alles aufgerüstet und wir haben auch abfahrt haben schon zwei minuten verspätung wollen wir wieder ein stimmt so keiner stecken ein verriegeln die türen links an so sie war es pc auch an würde ich mal sagen fahren wir mal los nach kauf bären scheinen wir schon natürlich an ausfahrt ist mit 30 km ja 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 dann geht es mal wieder los ich glaube es geht schon wieder los zusammen ja ja thema nummer 2 upload plat ihr habt ihr mitbekommen dass in dieser woche einige verschiebungen kamen von uns zwei netz place das lag daran dass ich dummerweise bei handbrake irgendeinen fehler eingebaut habe dass das video format ganz falsch war und ich konnte es nicht ja das format war komplett falsch das konnte ich nicht so hochladen ja da bitte ich nochmal um umgeändert das format in der richtigen qualität und es hat auch funktioniert kam mir gestern raus die folge und ja da bitte ich nochmal um umverständnis dass zum blöder patzer passiert ist und dann auch jetzt noch mit der trend simulator folge das denn gestern quasi auf der fernebo simulator lief das war alles nicht geplant gewesen so öffnen wir mal die türen und zack ja Fehler können passieren wir sind auch nur menschen mit fehlern und es gibt keinen mensch der keine fehler macht und wenn einer sagt er macht nie fehler dann ist er in meinen augen ein lügner so weil jeder mensch macht fehler und es gibt nie einen perfekten mensch ohne fehler selbst ein computer ist nicht perfekt ein computer macht auch fehler so so steigt schneller ein ständig abfahren so abfahrt so 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 Das ist vielleicht 80, ich fahre davon gar nicht genau jetzt. So, befreien und ja. Kennt ihr Facebook, blöde Frage ne, zur Zeit machen viele Livestreams ne, meine Facebook Freunde, fängt der eine an, macht der andere aus nach, der Nachmacher hat Freunde, die sehen es auch und die machen es auch nach, ach ganz furchtbar, zur Zeit sind viele Livestream Fieber wieder auf Facebook bringen, das ist falsch, aber gut, würden sie halt Langeweile haben, ne, manchmal verstehe ich überhaupt nicht, warum sie überhaupt gleich zu machen, ich habe gestern, gestern habe ich zum Beispiel jemanden aus meiner Freundesliste gesehen, die hat gleich zugemacht, die Kamera zeigt ihr Gesicht und sie guckt Fernsehen und es war so spannend, dass man nur ihr Gesicht sah und ihre Augen, konnte man sehen, wie sie den Fernseher anstarrt und das war's, dann dachte ich auch, alles klar, die hat Langeweile alle im Leben, ach, ne, kann doch nicht sein, ne, da bis auf einmal einer kam, der ist auch bei der Freundesliste gegen meine Kasse, der kommentiert, ne, am selben Abend macht er auch Livestream, genau dieselbe Scheiße, genau dieselbe Scheiße, er guckt nur in die Kamera, wartet auf Kommentare, aber schreibt niemand, es schreibt niemand, er redet nicht, es schreibt keine Sau, ich habe ihn genau beobachtet, man sieht normalerweise auch, wer genau zuschaut, aber er hat nicht mal erwähnt, wer alles zuschaut und, ach, keine Ahnung, so, wir haben Ankündigung 60 bekommen, das heißt, wir müssen auf 60 runter, aber kennt ihr diese Leute, machen auf Facebook Livestream, ihr bekommt die Benachrichtigungen und wenn ihr Livestream reinschaut von euren Freunden, dann denkt ihr auch, alter, warum machst du das, ich verschwende es gerade meine Zeit, du machst gar nicht, du guckst das Fernsehen, ich sehe nur dein Gesicht, du machst tischt, kommst du doch verarscht vor, oder, aber apropos Livestream, ne, ich bin seit fast sechs Jahren auf YouTube unterwegs, ne, jetzt bald ist, ähm, sechs Jahre, ne, trainern sie die, wie, und da gibt es dann auch gleich noch eine Ankündigung, aber viele machen Livestream, ich habe Kanäle abonniert, seit Jahren schon, seit 2011 habe ich angefangen mit Kanäle, Kanäle zu abonnieren, die ich mag, viele haben leider verlassen, den YouTube-Bereich leider, dann gibt es noch einige, die haben sie noch nicht verlassen, zum Glück, und es ist egal, welchen Netzplayer ich da abonniert habe, bei denen kommt mindestens schon einmal ein Livestream, ja, außer bei mir, bei mir ist irgendwie, tote Hose. Muss ich zugeben, so, wir tun das einfach mal so, als ob wir jetzt hier beladen und entladen, so, weil, geht nicht hier, aber wir sind schon zu weit gefahren, ja, gut, obwohl, eigentlich schon nach der Markierung sind wir noch am Bahnsteig, okay. Alles klar. Okay, wie gesagt, äh, viele machen schon Livestream, außer der Train, um sich die wenig. Viele fragen schon nach Livestream, aber, wenn ich euch einen kleinen Tipp geben soll, wartet erst mal diese Woche ab, vielleicht kommt ein Video, wo eine Ankündigung kommt, man weiß es nicht, ne, einfach mal gespannt sein, ja, bald ist es wieder soweit, Train on TV hat Geburtstag, er wird sechs Jahre alt, Zeit für die Einschulung, yay, nein, ähm, zum sechsjährigen Jubiläum, kann man eigentlich nicht so richtig Jubiläum feiern, weil man manchmal feiert man halt nur so richtig Geburtstage mit fünf Jahre, zehn Jahre, aber egal. Es gibt diesmal ein sechsjähriges Jubiläum, und zwar eine Train Simulator Folge über zwei Stunden, und zwar fahre ich ein Szenario von dem lieben Oscar, auch bekannt als Train Simulator TV, und da werde ich so einiges auspacken. Ich werde alles erzählen, welche Lieblings-YouTuber ich hatte, welche ich heute euch empfehlen kann, und etc. Ich werde viel Gesprächsthema mitbringen, wir werden viel im Train Simulator fahren, wir werden ein Szenario fahren, das vom Oscar, das geht 130 Minuten, kann ich euch schon mal sagen, aber was genau wir fahren, steht, äh, sag ich schon nicht, so. Auf jeden Fall wird das eine lange und schöne Folge, und, ähm, teilweise auch, ähm, soll die Folge dazu dienen, als kleines Dankeschön für den Oscar, weil er ja leider auch nicht aufhört, er macht nur noch Livestreams, da bin ich noch sehr froh, aber sonst mit Videos halt er leider auf, wenn ich's richtig verstanden habe, ne, war ja so, und deswegen gibt's dann halt ein sechsjähriges Special, und halt eine Sonderfolge, nur für den lieben Oscar. So. So, nächster Halt ist der Buchlo, oder Buchlö. Da sollen wir um 15,350 da sein. Ja. Schaffen wir. Alles ist möglich, ne? Ja. Ja. Vielen Dank. Ich liebe diesen Sound einfach herrlich. Ich liebe diesen Sound. Ich habe noch eine Info für euch. Thema Tutorials. Ab nächste Woche kommen dann Tutorials. Allerdings nur zwei Tutorials. Das hat einen folgenden Grund. Und zwar stecke ich momentan in Vorbereitungsarbeiten. In große Vorbereitungsarbeiten. Was auch viel Geduld an sich bringt. Und deswegen kommt nächste Woche nur zwei Tutorials. Und zwar ein Tutorial, wie man Hagen Siegen installiert. Das habe ich den Lieben versprochen. Ich habe deinen Namen vergessen. Es tut mir so leid. Und ich werde zeigen, wie man beim C2 den Mercedes Benz Stern installiert. Da hat jemand Probleme. Und da werde ich das Ganze mal auf den Zahn fügen. Wie das geht. Heißt, ich habe auch versprochen, dass es nächste Woche kommt. Daher zeige ich diese zwei Tutorials. Die restlichen Tutorials kommen während Julis auch noch. Keine Sorge. Aber wie gesagt. Ab nächste Woche nur zwei Tutorials. Das hat einen bestimmten Grund dafür. Und wenn ihr wisst, was kommt, könnt ihr mich wahrscheinlich auch verstehen. Warum? Ja, ähm, was gibt es noch? Der Busbetrieb zum Alter kommt nächste Woche auch erst. Ich habe versucht aufzumälen. Es ist abgeschmiert. Ich habe keine Ahnung warum. Ohne Aufnahme läuft, mit Aufnahme nicht. Läuft. Also da ist auch irgendwie noch der Haken drin im Busbetrieb Simulator. Aber gut. Ich werde es heute nochmal probieren. Hoffentlich geht es. Wie gesagt, die Geschwindigkeiten werden hier auf der Strecke noch angepasst. Nicht, dass ihr euch wundert. Warum so schnell reinfahren darf. Um, ja. Vielen Dank. Wir sind überpünktig. Dankeschön. Ja, ich hoffe es mit dem Mikrofon geht so. Mein Mikrofon steckt immer noch woanders, also Ungewohnheit. Sonst war mein Mikrofon links von mir und jetzt ist es rechts von mir. Das liegt daran, dass mein Bett immer noch nicht da ist. Und die Spedition, ja... Da ist die Chefin krank und die Hamcom-Mitarbeiter. Jetzt war man in Agdeburg und hast es nicht gesehen. Okay, ich schaffe immer noch auf einer Matratze, Luftmatratze. Aber ab August kommt dann mein neues Bett. Yeah. Endlich. Aber meine Eltern haben hier schon eine neue Luftmatratze geholt. Eine richtig geile sogar. Da ist so eine spezielle Luftmatratze, wo so ein... Irgendwas... Keine Ahnung, so eine Pumpen von innen aufgebaut ist. Keine Ahnung, du brauchst die Luftmatratze mit Stromstecker verbinden und schon pumpt dann auch automatisch auf. Ziemlich praktisch und sehr breit. Und das Ding ist, Luftmatratze ist so breit, dass ich meinen kleinen Schrank, wo schon mein Mikrofon drauf platziert habe, äh, nicht mehr nehmen kann. Wegen Platzmangel. Und deswegen habe ich mein Mikrofon jetzt... Ja, mein Fernsehschrank dran geschlossen. Hintermischpult. Und dadurch kriege ich jetzt auch meinen Schrank nicht zu. Aber das ist egal. Hauptsache, ich kann auch nehmen. Das war mir wichtig. Ich musste sowieso noch vorproduzieren. Für euch. Denn ab August gehe ich ja bekanntlich ins Krankenhaus für ein paar Wochen. Da nehme ich auf jeden Fall mein Notebook mit, um weiterhin online zu sein, für Kommentare zu beantworten. Und... Ja, der werde ich einiges vorproduzieren an Trendsimulator-Sachen und um sie zwei. Ähm, Fernbus Simulator muss ich mal schauen, ob ich das weiterhin aufnehme. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber falls ja, dann halt ja. Krankenhaus kann ich leider nichts aufnehmen. Logisch. Mikrofon. Ich mit Notebook, mit Notebook aufnehmen. Kannst du total vergessen. Wer mit Notebook aufnimmt, äh, kann, kann gleich alles hinschmeißen. Also, Notebook aufnimmt ist nicht so eine gute Idee. Es sei denn, es ist ein spezieller für Gamer oder so. Aber trotzdem, na, nein. Ich habe mir überlegt, ähm, das wollte ich nur ausprobieren, äh, ob ein PC-Spiel zu funktionieren auf mein Notebook. EIP, also mein Exit Professional, äh, habe ich noch auf Lager. Wollte ich mal ausprobieren, ob es funktioniert. Eigentlich müsste es ja von den Voraussetzungen her funktionieren. Mal schauen. Und wenn das funktioniert, dann, werde ich auf jeden Fall, äh, während ich im Krankenhaus bin, ein bisschen rumbasteln an der Strecke oder sonst was. Oder ich lerne halt ein bisschen mehr über die PCB und hast du gesehen über die Signale. Ja, gesagt. Ähm, was ich auch machen könnte, das, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich habe auf jeden Fall WLAN. Das ist schon mal gut. Und ich werde mal, ähm, ich werde am besten immer auf dem Teamspeak sein bei ein paar Kumpels. Um halt die Zeit zu vertreiben. Ne? Weil ich bekomme kaum Besuch. Logisch. Weil wenn du zwei Wochen im Krankenhaus bist, deine Eltern können jeden Tag nicht besuchen kommen. Logisch. Äh, ich hoffe, dass ich früher rauskomme. Ich hoffe, ich übersteuere hier nicht überall. Total. Ne. Also, Lämpchen leuchtet nicht viel übersteuern, das ist ja gut. Ähm, nein, ähm, ich hoffe, dass ich ein bisschen früher rauskomme. Meine Eltern wollen nämlich, äh, in den Urlaub fahren. Und das hatten sie eigentlich schon in den Ostern. Ostern vorgehabt. Mussten sie aber verschieben lassen, wegen Bauarbeiten hier, was endlich fertig geworden ist mit der Waschküche. Und, äh, ja, jetzt können sie halt in den Urlaub fahren, in den Sommern. Natürlich ist es blöd, dass ich da im Krankenhaus bin, aber ich komme vorher noch mal raus. Ich habe gesagt, Sauus, bevor ihr in den Urlaub fahrt, will ich zu Hause sein. Aber ich, klar und deutlich gesagt, weil zu Hause fühle ich mich persönlich am wohlsten, als im Krankenhaus da abzukacken. Weil ich habe keine Lust da, jeden bescheuerten Tag beim Krankenhaus abzukacken. Und am schlimmsten wäre es, wenn ich noch so ein scheiß Nachbar hätte, der eine ganze Nacht schnarchen tut. Das hatte ich schon mal gehabt, wo man einen Knie verwuscht hatte. Da hat sich eine bescheuerte Nacht gehabt mit so einem alten Rentner. Der hat die ganze Nacht geschnarcht. Gut, ich gebe zu, ich schnarche auch. Ich schnarche auch, aber nicht so extrem laut. Nicht so extrem laut, dass ich nicht einpennen kann. Aber gut. Auf jeden Fall finde ich, es ist gerade noch alles auch scheiße. Das steht fest. Eines weiß ich wenigstens. Dort gibt es WLAN. Für die zwei Wochen. Fast zwei Wochen. Zehn Tage. Ich bin dran. Ich will vorher raus. Ich habe WLAN. Nimm ich mein Notebook mit. Ich habe keine Ahnung, was ich da für Games zocke. Weil, ihr müsst es so vorstellen, ne? Ihr seid im Krankenhaus, ihr werdet frühestens um sieben geweckt, ne? Oder noch früher, keine Ahnung. Und seit dem ganzen Tag lang wach im Bett liegen, was weiß ich. In den ersten Tagen musst du ja liegen, ne? Das weiß ich jetzt schon. Aber in den nächsten Tagen kannst du ja nicht rumlaufen und hast nicht gesehen. Gott sei Dank. Aber die ersten Tage nach der Operation musst du liegen. Das ist so scheiße langweilig. Und, ähm, natürlich, man hat ein Fernsehen, ja? Aber ich gucke kaum Fernsehen. Das ist es, ja. Weil nur Schrott läuft. Gut, ich gucke The Flash. Das, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kommt bei Pro 7 immer um 23.05. Ich hatte immer aus Circus Halligalli geguckt. Gibt's nicht mehr. Super. Aber im August soll irgendwie nochmal die Highlights kommen. Oder im Juli. Ich hoffe im Juli, weil im August wär's blöd. Weil ich kranker uns. auf jeden Fall haben wir hier einen Trendspotter. Jetzt hat er ein Foto und er hat einen Mack ruhig. Schön. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ihr könnt es euch auch vorstellen. Ja, den ganzen Tag bist du im Krankenhaus. Es tut langweilig. Im Fernsehen kommt auch nichts. Da kommt nur Müll. Da brauchst du kein Fernsehen gucken. Ich gucke, wie gesagt, kaum ein Fernsehen. Am meisten bin ich nur am PC. Ich bin höchstens höchstens fahre ich mal in einen kleinen Augen-Dito oder labern mit ein paar Kumpels. Aber das war's. Ich gucke kaum ein Fernsehen. Weil einfach nur noch Schrott läuft. Ganz ehrlich, es läuft heutzutage nur noch Schrott. Es gibt kein schönes Fernsehen mehr wie früher. Ja, das schönere Fernsehen kam natürlich in meinem Alter, wo ich gerade mal sechs Jahre alt war oder so. Und je älter ich wurde und je länger ich endlich mal Fernsehen gucken durfte, gab es die schönen Sachen nicht mehr. Yay. Aber gut. Ist halt so. Kann auch nur nichts raus machen. Und ja. Wenn ihr ein paar Vorschläge habt, was man im Krankenhaus so machen kann mit dem Notebook für Games spielen kann, könnt ihr uns da gerne in den Kommentaren schreiben. Und kommt ihr bitte nicht an, du kannst die Videos gucken. Natürlich kann ich Videos gucken. Das mache ich ja auch. Ich gucke dann YouTube-Videos, aber irgendwann wird es dann auch langweilig, weil dann hast du so viele Videos geguckt, dass da keine neuen wie sie zu finden sind. Aber wenn ihr Vorschläge habt oder ein gutes Spiel kennt oder was weiß ich, schreibt es nicht vom Tag. So, wir erreichen gleich Kaufbeuren. Wir sehen auch hier. Da war da ein Lkw-Fahrer angehalten von der Polizei. Schön. Ja, wie gesagt, man sieht noch halt einige Stellen, die leer sind, aber das ist nicht schlimm. das ist halt noch im Bau. Und, ähm, ja, ich bedanke mich noch mal ganz herzlich an den Tobias, dass ich diese Strecke zeigen darf. Und, ähm, ich bin mal wirklich gespannt, wie die Zukunft so aussieht, wie es weiterläuft. Auf jeden Fall kann ich jetzt schon mal sagen, klasse Arbeit. Wenn man das jetzt hier von der, wenn man das jetzt hier von der Länge betrachtet, wie groß die Strecke ist, das ist schon Wahnsinn. das sind Dinge, die kann ich nicht. Also, Hut ab. Und der hat sogar noch, äh, ein paar Standard-Szenarien dazu geliefert. Er hat ja einige Aufgaben für die Strecke dabei. Also, Hut ab. Ich habe jetzt RB hin und her genommen, weil er hat sich das ja gewünscht, als RB hin und her. Ja, und, äh, diesen Wunsch erfülle ich ihm natürlich. Hat zwar jetzt sehr lange gedauert, bis zur Folge, tut mir auch sehr leid, aber jetzt ist er da. Und ich hoffe, lieber Tobias, die gefällt, die Folge. Und das Tolle daran ist, es ist eine komplette Diesel-Strecke. Äh, wenn ich mich nicht täusche, ist die Allgäu-Strecke auch nur eine komplette Diesel-Strecke? Ich weiß es nicht. Ich würde mal ja vermuten. Also, hier kannst du schon, schön mit der 132, 232, also mit den Ludmillas, schon richtig heizen. Oder mit 218, schön mit, äh, halberstatter Wagen. Oder halt mit einem schönen Dampflok hier, kannst du richtig schön lang heizen. Richtig Diesel-Betrieb hier, ne? Muss nicht alles über Oberleitung gehen, ne? Elektrische Betriebsfahrzeugführe, äh, Zuge hier. Elektrische Fahrzeuge. Diesel-Betrieb ist ja gesagt, das ist nice. So, wir haben halt erwarten, VR, oh, 2, VR 2, langsam fahrt. Ähm, da kann ich gleich was anmerken, ähm, lieber Tobias, das Vorsignal, kam ein bisschen zu früh, denn, äh, hier ist erst das Hauptsignal, ne? bis dahin. Aber, ist jetzt auch nicht schlimm. Es ist ja, wie gesagt, alles noch im Bau. Hashtag 21-Sekunden-Regel. Das war bremstestes Nr. 2. hier ist ja auch. Ja, hier ist immer 177 kmh, das wird noch alles behoben, das ist alles noch im Bau, also nicht wundern. das war jetzt blöd für mir gewesen. Egal, wie weit weg das Signal ist, man sollte immer auf Untervogel 80 kommen. ganz wichtig. Zwei Zwangsbremsung an einen Tag heute. Das ist... schön. Da freut man sich doch richtig. Da freut man sich. Begeisterung pur. Richtig hart im Leben heute hier bei mir. So, da kommen wir auch an, in Kaufbeuren. Und wir sehen einen Desiro. Und wir sehen auch einen HP0. schauen, ob wir direkt nebenan anhalten können. so, und machen wir mal die Tür auf. und wir rösten es erst mal ab das machen wir aus wir rösten es komplett ab das fahrzeug bleibt jetzt hier stehen weder speicherbremse rein dann zugfunk aus dieselmotor aus fahrzeugung selber aus die pzp aus genau ja was noch man hat es man hat es regnen schlüsse raus so dann sind wir ja auch angekommen eröffnen noch die türen okay die macht er nicht auf so eine frechheit ja wir sind angekommen also dass man noch perfekt landung ist perfekt na gut wir sind noch ein stückchen weiter vor aber lässt sich doch sehen oder zwei videos ich bin schade dass sie bald abgeschafft werden von abelio ich frag mich echt wie das machen wollen die erweitern sich ende 2018 bei uns und jetzt haben sie personalmangel und es waren einige züge aus ich hoffe mal nicht dass sie die cirrus verschrotten weil das wäre echt schade wenn sie die verschrotten würden ansonsten machen wir eine die 0 klick auf und entführen party 0 schade sie haben das ja nachher nicht einfach nicht beendet das ist nicht schlimm wegen diesen einen bahnsteig weil bahnsteig fehlt leicht wenn simulater kann nicht beladen entbeladen logischerweise aber es ist ja nicht schlimm ja vier von sieben zieler abgeschossen wir sind einig wer jetzt fragt eine stunde zwölf minuten wie geht das dieses video sehr sobald stück rein ganz einfache erklärung ich bin vorhin schon ich wollte vorhin schon starten losgefahren habe eine zwangsbremsen bekommen und es gab ein skript fehler im fansimulator so dass die bremsen sich nicht mehr lösten ist haben durch eine zwangsbremsen und das mit 111er mit dem mit der fersystem aufgabe das war auch damals ein skript fehler und dieses weiterhin vorhanden also ich hoffe virtuell zu was nicht hier wundern dass sie eine stunde zwölf minuten steht also nicht verbände ja das für die strecke allgäu allgau und ja ich hoffe es hat euch gefallen das wie gesagt ich hoffe es hat euch gefallen diese sonderfolge wie gesagt ist alles doch im bau es wird noch einiges gebaut bahnsteiger landschaft häuser z pp ich persönlich finde ich schon mal die strecke sehr gut sie schön groß und ich bin in zukunft sehr gespannt wie es weitergeht und ich bedanke mich noch mal ganz herzlich an den lieben tobias dass ich diese aufgabe fahren darf der fall mitten in die siere und ja in diesem sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen tag macht gut euer train um sie die tschüss tschüss tschüss